Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb von Tube & Berger Lesson 1. Dieser Tonträger dient der auditiven Schulung Ihres Gehörs und der Erweiterung Ihres Bewusstseins. Selbstverständlich kann diese Musikauswahl auch zur Perfektionierung Ihres Tanzstils verwendet werden. Am besten hören Sie Lesson 1 zu Hause auf Ihrer Stereoanlage, egal ob alleine, mit Freunden, beim Kochen oder auch beim Geschlechtsverkehr. Falls es zu Nebenwirkungen wie akuter Tanzwut, guter Laune, Feierei oder gar sexueller Erregung kommt, raten wir Ihnen, sich umgehend in einem nahegelegenen Club einzufinden. Und nun, liebe Freunde, viel Erfolg und Rock on mit Tube & Berger Lesson 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und nun, liebe Freunde, viel Erfolg und Rock on mit Tube & Berger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.